Wir haben jetzt im ersten Vortrag den Frederik Ramm, der uns heute mal etwas über OpenStreet ohne Map erzählt. Frederik, bitte. Ja, also mein Talk ist heute einfach so ein bisschen, was kann man eigentlich mit OpenStreetMap alles machen, abseits von den normalen Use Cases wie Karten zeichnen. Ich habe schon öfter solche Talks gemacht, wo ich halt sagen wollte, guck mal hier, OpenStreetMap, das ist jetzt richtig angekommen, da kann man schon, da machen alle möglichen Leute irgendwelche Karten mit. Heute erzähle ich mal, was man mit OSM alles macht, was nicht mit Karten zu tun hat. Viele von den Use Cases sind Ihnen vielleicht bekannt, viele aber auch neu. Ich werde öfters meine Firma, die Geofabrik, im Vortrag erwähnen, weil es halt oft ist, dass ich mit diesen Use Cases aus geschäftlichen Gründen in Berührung komme. Es soll aber kein Firmenwerbevortrag sein. All diese Sachen, die ich hier vorstelle, sind Sachen, die man mit OpenSource machen kann, die jeder machen kann, die verschiedene Leute machen. Es hat also, selbst wenn ich teilweise diesen Firmenhintergrund habe, es soll jetzt kein Vortrag sein, wo ich sage, wie toll wir alle sind, was wir alles können. Erster Use Case, häufiger Use Case, alles, was mit Routing zu tun hat. Routing, um mit OpenStreetMap Routing zu machen, muss ich erstmal einen Routing-Grafen ausrechnen. Das heißt, ich nehme die einzelnen ganzen Straßen bei OSM, muss die in ein Format gießen, dass ich dann da nachher ordentlich Routenberechnungen machen kann. Ganz verschiedene Algorithmen dafür. Es gibt viele fertige Applikationen. Das hier ist ein Screenshot von dem Osmand-Software, die ich selber täglich einsetze oder öfters zumindest einsetze auf meinem Mobiltelefon. Verschiedene Handy-Apps. Es gibt Garmin-Karten natürlich, mit denen man Routing machen kann. Es gibt Webseiten. Wir haben ja auf der OpenStreetMap.org Webseite auch Routing. Es gibt viele OpenSource-Programme, mit denen man selber Routing machen kann. Zum Beispiel die OpenSource-Routing-Machine oder den Graphopper oder den B-Router, speziell für Fahrräder. PG-Routing ist eine allgemeine Routing-Engine, die man aber auch für OpenStreetMap benutzen kann und so weiter und so weiter. Es gibt auch Sachen, die mit Routing noch nicht so gut funktionieren. Und zwar zum Beispiel Abbiegerestriktionen. Da haben wir einfach das Problem, dass uns noch viele fehlen in OpenStreetMap. Das heißt, wenn ich jetzt Routen ausrechne von Hamburg nach München oder sowas, das ist jetzt völlig egal. Da spielt das keine Rolle. Aber gerade jetzt, wenn ich für einen Taxibetrieb innerstädtisch Routen ausrechne, da leide ich dann schon immer noch drunter, dass eine ganze Menge Abbiegerestriktionen fehlen und dass mir falsche Routen ausgerechnet werden. Das liegt ein bisschen daran immer noch, dass bei OpenStreetMap halt das Mapping sehr stark von der Kartenansicht getrieben ist. Die Leute mappen, damit sie Sachen auf der Karte sehen. Und so eine Abbiegevorschrift sieht man auf der normalen Karte halt nicht. Das heißt, ich sehe auch nicht unbedingt, ob da eine fehlt. Das ist noch ein bisschen ein Schwachpunkt. Das kommt langsam. Da gibt es auch bessere Editoren jetzt für und so. Ist aber was, was noch nicht so brillant ist bei OpenStreetMap. Eine weitere Sache, die auch noch nicht so gut geht beim Routing, ist das Fußgänger-Routing. Da hatten wir jetzt gestern vom Roland Olbrich den Vortrag über Braucht OpenStreetMap-Linien, Flächen und Kanten, wo er auch dafür argumentiert hat, dass man für Fußgänger vielleicht besser Flächen eintragen muss, über die die dann laufen können. Sonntag hatten wir auch schon einen kleinen Vortrag. Also es ist ein bisschen problematisch, wenn ich mit OpenStreetMap heute Fußgänger-Routing mache, dann werden die Fußgänger in aller Regel einfach wie Fahrzeuge auch auf den Straßen und Wegen in der Mitte entlang geführt. Und wir haben das noch nicht, dass man sagen kann, bitte wechseln Sie hier die Straßenseite, gehen Sie über den Zebrastreifen, folgen Sie dann der Straße auf Ihrer rechten Seite und so weiter. Da gibt es eine Lösung, ist natürlich, dass man sagt, ich trage jetzt alle Fußwege, alle Bürgersteige als eigene Wege ein. Das hat aber auch viele Nachteile. Und ja, also da ist die, da ist noch eine laufende Diskussion. Gibt es eine interessante Bachelorarbeit vom Nathanael Lang, der war auch hier, ist aber schon wieder abgereist, wo er das untersucht hat, inwiefern man vielleicht automatisch bei der Generierung eines solchen Routing-Grafen aus OpenStreetMap-Fußwege generieren kann. Also das ist auch noch so ein bisschen ein Schwachpunkt. Eine Sache, die auch häufig mit Routing-Algorithmen gemacht wird, ist Tourenplanung. Das ist praktisch Routenplanung plus plus. Wenn ich also nicht nur ein Fahrzeug von A nach B schicken will, sondern wenn ich ein Paketlaster habe, der soll irgendwie 50 Adressen anfangen. Ich habe also Travelling Salesman-Problem. In welcher Reihenfolge soll der die Adressen anfahren? Oder ich habe irgendwelche komplizierteren Algorithmen, irgendwelche Kipper, die müssen irgendwo eine Last aufnehmen und dann irgendwo hinbringen. Da gibt es vielleicht Straßen, die können Sie fahren, solange sie noch leer sind. Aber wenn sie erst mal voll sind, können Sie nicht mehr fahren und so weiter und so weiter. Auch ein sehr interessantes Themengebiet, in dem sich sehr viele Unternehmen tummeln und auch ganz viel proprietäre Daten, proprietäre Algorithmen noch unterwegs sind. Ein Open Source, was es dazu gibt, ist das J-Sprit. Das wird von jemandem gemacht, ist der Peter Karich, sitzt der hier irgendwo? Im Grafhopper-Team ist also einer dabei, der mit diesem J-Sprit, das ist ein Open Source, Routenplanung, Tourenplanungsalgorithmus, wo man also auch schon mit OpenStreetMap eine ganze Menge machen kann. Erreichbarkeitsanalysen ist auch Thema, kommt auch aus der Routing-Ecke. Auch dafür brauche ich erst mal den Routing-Grafen und dann kann ich praktisch sagen, okay, wenn ich jetzt hier starte, wie weit komme ich dann innerhalb von 10, 20, 30 Minuten mit meinem Fahrrad oder zu Fuß oder mit meinem Fahrzeug. Oder umgekehrt, wenn ich hier jetzt meinen neuen Standort für die Bäckerei einhintue, wie viele Haushalte habe ich dann im Umkreis von 15 G-Minuten oder sowas. Auch ein sehr interessantes Thema, was man auch mit OpenStreetMap schon super bearbeiten kann. Sowohl Grafhopper als auch OSRM haben da Sachen eingebaut, womit man Erreichbarkeitsanalysen machen kann. Kann man aber auch einigermaßen leicht selber basteln oder mit PG-Routing machen oder sowas, weil man es in der Regel ja nur mit relativ kleinen Datenbereichen zu tun hat. Erreichbarkeitsanalysen werden in der Praxis zum Beispiel, das ist eine Sache, die ich aus meiner gewerblichen Nutzung weiß, relativ oft eingesetzt von Ämtern, die Schulwege planen oder die Zuteilung planen. Die müssen Kapazitätsplanung machen für die Schulen. Deswegen müssen sie sagen, okay, jetzt haben wir so und so viele Kinder, die wohnen jetzt in den und den Haushalten. Welche Schulen, wie viele in dem Einzugsbereich von welchen Schulen, im Bereich von so und so vielen Minuten, wie viele schulpflichtige Kinder werde ich denn da in so und so vielen Jahren haben? Oder auch in vielen Regionen ist das so, dass man, dass Schulkinder eine Busfahrkarte bekommen können, wenn ihr Laufweg zur Schule größer ist als X. Auch da wieder kann ich halt so eine Erreichbarkeitsanalyse, praktisch so einen Ring um die Schule legen und sagen, gut, diesen Bereich kann man innerhalb von zehn Minuten fußläufig erreichen und alle, die außerhalb wohnen, die kriegen jetzt eine Fahrkarte bezahlt. Erreichbarkeitsanalysen auch häufig bei den Notfalldiensten, Feuerwehr oder sowas, die halt auch Vorschriften haben, dass sie innerhalb von einer bestimmten Zeit alle möglichen Punkte erreichen können müssen in ihrem Bezirk und wenn nicht, muss halt irgendwo eine neue Feuerwache aufgemacht werden. Das ist ein Punkt, wo sich viele Leute mit beschäftigen. Da hatte ich dann also auch schon Anfragen, wo einer gesagt hat, ja, wir haben hier diese fünf verschiedenen Typen von Löschfahrzeugen, die können so und so, der hier kann auf den Straßen bis zu 70 fahren und der andere aber nur 50 und so. Und dann gibt es natürlich auch mal sehr, für normale Fahrzeuge hat man dann immer diese Max-Speed-Geschichten, für Feuerwehrfahrzeuge hat man es dann nicht, die dürfen dann auch mal schneller. Also ganz, ganze Menge interessante Anwendungsfälle in diesem Erreichbarkeitsanalysenthema. Ein anderes Ding, habe ich ein Bild von dem Patrick Niklaus von Mapbox geklaut, das ist ein OSRM-Entwickler, ist Graph Matching. Also ich habe einen GPS-Track, wo mein Fahrzeug langgefahren ist, habe ich aufgezeichnet. Und jetzt will ich aber wissen, ich will praktisch bei OSM die Kante rausfinden, den Way, auf dem der jetzt gefahren ist. Und das ist gar kein so triviales Thema. Man würde normalerweise sagen, haja Gott, ich nehme zu jedem GPX-Punkt einfach die nächstgelegene Straße. Aber dann hat man mal so Ausreißer irgendwo und dann ergibt sich plötzlich, ja, der ist hier Autobahn gefahren, aber dann ist er plötzlich schnell runter auf den Feldweg und dann wieder auf die Autobahn zurück. Und das gibt natürlich keinen Sinn. Da müssen also etwas cleverere Algorithmen her. Auch das ist was, was sowohl OSM als auch Graph Hopper schon können. Und Graph Matching ist für verschiedene Themen interessant. Eins davon kommt aus der Versicherungsbranche. Da gibt es nämlich mittlerweile so Leute, die experimentieren damit. Das heißt, sie kriegen von uns einen günstigeren Versicherungstarif für ihre Fahrzeugflotte, wenn sie sich einem Monitoring unterwerfen und wir überprüfen dürfen, ob sie auch nirgendwo zu schnell fahren. Und das ist so ein Fall. Da kommt dann so ein GPX-Tracker in das Fahrzeug rein und dann kann ich im Nachhinein kann ich diese GPX-Tracks auswerten. Wo ist der langgefahren? Kann das vergleichen mit den jeweiligen passenden OSM-Daten? Dann weiß ich, ja, da an der Stelle ist Tempolimit 30 und ich sehe am GPX-Track, der ist aber 40 gefahren. Also das ist so ein Use Case für das Map Matching. Eine ganze Menge andere Use Cases auch noch, aber das kommt relativ häufig vor. Dann hatte ich neulich mal eine interessante Anfrage. Da kommt einer zu mir und sagt, ja, ich brauche hootingfähige Daten aus OpenStreetMap, Straßennetz. Und bitte auch noch Eisenbahnnetz. Da habe ich gesagt, ja, was soll das? Wollen Sie, haben Sie irgendwie ein Fahrzeug, was sowohl auf den Eisenbahn, Bahnübergang, da biege ich mal kurz ab von der Straße aufs Eisenbahnnetz. Da kommt raus, nee, der will überhaupt gar keine Fahrzeuge fahren lassen, sondern der ist Kabelverleger. Der ist eine Firma, die legt Kabeltrassen und die sagen, grundsätzlich ist es für die relativ einfach, an bestehenden Infrastruktur, also an Straßen oder Bahngleisen entlang Kabel zu verlegen, weil, keine Ahnung, ist vielleicht einfacher mit den Grundstücksrechten oder was auch immer. Und deswegen interessieren die sich für solche Informationen. Also spannendes Thema, ganze Menge verrückte Use Cases, die da in dem Routing-Bereich auch mit OpenStreetMap schon gemacht werden. Großes Thema, Geocoding. Geocoding ist im einfachsten Sinne einfach die Suche auf so einer Website. Ja, ich gebe hier oben ein Salzburg-Österreich und dann kriege ich irgendwelche Suchergebnisse. Oder eben präziser, ich gebe eine komplette Adresse ein. Das Geocoding funktioniert so leidlich mit dem Nominatum, aber es gibt da schon noch eine ganze Menge Schwierigkeiten, insbesondere beim Parsen von Freitext. Also das haben wir ja da oben, wir haben ja nur ein Eingabefeld. Wir haben ja nicht sowas, wo man sagen muss, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, sondern man rotzt einfach seinen Freitext in das Feld rein und das Programm soll irgendwie rausfinden, was man meint. Google kann das super. Wenn ich bei Google irgendwas eingebe, dann findet Google immer die Adresse, die ich will. Und da sind wir noch so ein bisschen hinten dran. Das liegt, die Software ist eigentlich schon ziemlich gut, der Nominatum. Aber Google hat da halt natürlich die Nase vorn, weil die so viele Abfragen haben, die über Google gemacht werden. Und die werten dann auch aus, okay, hier habe ich einem fünf Ergebnisse angeboten und er hat dann das dritte ausgewählt. Das war also offensichtlich richtig. Und dann findet da so ein maschineller Lernprozess statt. Und die Software merkt sich dann, was wahrscheinlich besser passt. So weit sind wir ja noch nicht mit unserem Geocoding bei OpenStreetMap. Dann gibt es natürlich auch Reverse Geocoding. Das heißt, ich habe eine Position, Latitude, Longitude, wo gerade mein GPS ist und ich will gerne dazu die Adresse haben und Postleitzahl, Ort und so weiter. Auch das kann der Nominatum schon ganz gut. Kann man so eine URL aufrufen, kommt dann hier so eine strukturierte Antwort raus. Allerdings ist dabei auch, das ist auch noch nicht perfekt, weil wir haben da zum Beispiel hier haben wir jetzt die Situation hier für so eine österreichische Adresse. Da sieht man hier, da ist also State und County. Irgendwie weiß ich, das sind Sachen, die man jetzt in einer normalen österreichischen Adresse nicht angeben würde. Ja, man würde einfach sagen, gut, hier die und die Straße, die und die Hausnummer, die und die Stadt, Österreich, Postleitzahl fertig. Genauso wie auch so in Deutschland, da schreibt man auch nicht drauf, irgendwie Karlsruhe, Baden-Württemberg, Deutschland. Und das fehlt dem Nominatum noch so ein bisschen, dass er weiß, in welchen Ländern solche Adressen typischerweise wie formatiert sind und auf welche Sachen man da achten muss. Da wird also noch dran gebastelt. Massengeocoding. Kommen immer wieder Leute zu mir und sagen, ich habe hier 50.000 Adressen im Excel-Sheet und die will ich gerne geocodieren. Irgendwie sowas. Das kann man dann alles in den Nominatum reinlaufen lassen und kriegt dann auch ein Ergebnis raus. Aber für den Massenanwendungsfall ist es echt noch nicht so gut, weil eben gerade diese Mehrdeutigkeit, die auf der Webseite kein Problem ist. Ich gebe was ein, da kommen fünf Suchergebnisse, ich wähle das passende aus, dann ist gut. Aber die Möglichkeit hat man natürlich in dem Massenbetrieb nicht. Wenn ich sage, ich habe 50.000 Adressen, die will ich alle geocodieren, dann kann ich nicht sagen, ja, hier habe ich aber drei Treffer und such dir mal einen aus, sondern da muss es halt entweder beim ersten Mal klappen oder nicht. Und da sind uns die kommerziellen Geocoder schon noch einiges voraus. Auch bei den Hausnummern. Deutschland haben wir jetzt ungefähr die Hälfte aller Adressen in USM mit Hausnummern. Da fehlt also noch einiges. In vielen anderen Ländern sind wir noch bei weitem nicht so gut, dass wir also wirklich Hausnummern genau geocodieren können. Jetzt habe ich hier so ein allgemeines Thema, das nenne ich mal Analysen oder Geoprocessing manchmal auch. Lustige Sachen, die man sonst noch mit OpenStreetMap machen kann oder auch nicht machen kann, verschiedene Anwendungsfälle. Zum Beispiel, das ist auch wieder so ein Fall aus der Praxis, kommt einer zu mir und sagt, ja, ich hätte gern die Standorte von Windkraftanlagen und außerdem noch das Elektrizitätsnetz aus OpenStreetMap. Dann habe ich den exportiert. Es war auch irgendeine Firma, die hieß irgendwas mit so und so Energie. Da habe ich gedacht, komisch, ich hätte jetzt gedacht, die wissen selber, wo ihre Leitungen sind. Aber gut. Und dann kommt der als Nächster und sagt, haben Sie auch Naturdenkmäler? Dann denke ich, komisch, was will der jetzt? Hat sich herausgestellt, das war eine Firma, die so Standorte plant für Windräder. Und da gibt es dann gesetzliche Vorschriften. Wenn du so ein Windrad aufstellst, musst du Mindestabstände einhalten zu Hochspannungsleitungen oder eben auch zu Naturdenkmälern und verschiedenen anderen Sachen. Und da haben die also versucht, mit Hilfe von OpenStreetMap sich auszurechnen, welche Standorte in Frage kommen, um da irgendwelche Naturdenkmäler, um da irgendwelche Windkraftanlagen aufzubauen. Eine häufige Sache, was Leute gerne haben wollen, auch für das Thema auch interessant oder auf verschiedenen anderen Gründen ist, bebaute, bewohnte Flächen. Ja, wie kann ich das, können Sie mir eine Liste machen mit allen bebauten oder bewohnten Flächen aus OSM? Und da denkt man natürlich, wenn man sich ein bisschen auskennt mit dem Tagging, denkt man, naja, Highway gleich, Land Use gleich Residential. Das ist ein typisches Wohngebiet, kann man nehmen. Das ist allerdings, kann manchmal daneben gehen. Also hier habe ich ganz aus der Nähe von München mal so eine Overpass-Abfrage gemacht nach Land Use Residential. Und da sieht man, da sind also durchaus eng bebaute, bewohnte Gebiete, wo gar kein Land Use Residential getaggt ist in OpenStreetMap. Und wenn man das dann richtig machen will, dann muss man da so ein bisschen mit Geoprocessing arbeiten und muss sagen, naja gut, überall da, wo Häuser dichter beieinander sind als X oder größerer Cluster von Häusern oder Highway gleich Residential Straßen oder so, dann nehme ich mal an, dass da auch Wohngebiet ist. Und dann kommt man auf ein ganz gutes, brauchbares Ergebnis. Es gibt sogar Leute, die zum Beispiel Infrastruktur, die Kabelanschlüsse verkaufen oder sonst was, die benutzen OpenStreetMap schon, um herauszufinden, wo Neubaugebiete sind. Also die schauen einfach OSM an. Wir sind in Deutschland ja schon relativ gut, was die Gebäude betrifft und die Straßen. Und wenn dann irgendwo neue Straßen hinzukommen und neue Gebäude, dann schauen die Leute sich das an und sagen, ist das vielleicht ein Neubaugebiet. Das funktioniert in Deutschland einigermaßen gut. In anderen Ländern, die noch kaum Gebäude haben, wäre es natürlich Quatsch jetzt zu sagen, oh, da werden neue Gebäude eingetragen. Ist wahrscheinlich Neubaugebiet, weil da wird einfach nur nachgeholt, was noch nicht gemappt ist. Aber in Deutschland funktioniert das schon ganz gut. Wer also dann beobachten möchte, wo in Deutschland neu gebaut wird, der kann auch schon OpenStreetMap beobachten. Jetzt habe ich noch zum Abschluss noch so ein paar bisschen betrüblichere Sachen oder wo man den Leuten meistens nicht helfen kann. Wenn die Leute mich fragen, kann OpenStreetMap eigentlich auch Luftbilder? Dann muss ich natürlich sagen, ne, Luftbilder haben wir gar nicht, weil bei OpenStreetMap ist alles, was hier gemacht wird, von Privatleuten in ihrer Freizeit beigetragen. Und so viele Leute haben halt noch keine eigenen Drohnen, dass da wirklich was Sinnvolles zusammenkäme. Ja, vielleicht irgendwann mal. Kann OpenStreetMap eigentlich auch sowas wie Google Street View? Da ist natürlich die Antwort, selber können wir es nicht. Aber es gibt Mapillary, was immerhin auch offen lizenziert ist, wenn auch mit einigen, also ich kann ja nicht zum Mapillary hingehen, so wie bei OSM und einfach einen Planetdump runterladen, sagen, gebt mal alle eure Bilder. Das geht nicht, aber Mapillary geht ein bisschen in die Richtung. Und es gibt auch ein Projekt, was gerade neu am Start ist, das heißt OpenStreetView. Das ist praktisch so ein bisschen ein Mapillary-Konkurrenzprojekt. Die machen auch sowas Ähnliches. Also ist nicht direkt in OSM drin, gibt es aber. Was Leute auch öfters mal fragen ist, habt ihr Verkehrsdaten? Weil ich will hier OSM-Routing machen auf meinem Mobiltelefon. Da will ich natürlich auch wissen, wo ist gerade der Stau? Muss ich auch mal sagen, nee, sorry. Also so kurzfristige Sachen wie Verkehrsinformationen, die werden bei uns nicht gemappt. Allerdings gibt es da schon Möglichkeiten. Da sitzt der Arndt, mit dem hatte ich gerade auch ein bisschen E-Mail. Der hat vor zwei Jahren auf der Voskis mal einen Vortrag gehalten, wo er mithilfe von seiner B-Router-Routing-Engine versucht hat zu analysieren, welches sind denn Straßen mit grundsätzlich hoher Verkehrsbelastung. Also nicht, wo ist jetzt gerade im Moment Stau, aber welche Straße hat grundsätzlich eher mehr Fahrzeuge als welche andere. Und da kann man schon aufgrund des statischen Netzes einige interessante Betrachtungen anstellen. Was auch oft gefragt wird, habt ihr Fahrplaninformationen? Ja, ich will gerne ein Routing machen, aber ich will multimodal. Und da sollen auch Busse und Straßenbahnen auch mit drin sein. Da muss ich den Leuten immer erklären, ja, also ich kann dir zwar sagen, wo die Gleise laufen und wenn du mit einer Dresine da langfährst, dann ja. Aber wann jetzt da die Straßenbahn fährt? Ich meine, wir haben immerhin schon ÖPNV-Relationen. Das heißt, wir können dir sagen, hier fährt die Straßenbahnlinie lang. Wir haben aber keine Fahrplandaten. Wir wissen nicht, wie oft die fährt. Da ist da im Moment eine Diskussion, ob man vielleicht immerhin sowas taggt, so eine Art Häufigkeit. Diese fährt oft, diese fährt selten, diese fährt stündlich oder so. Aber was wir garantiert niemals haben werden, sind Fahrplaninformationen. Das gehört auch nicht rein zu OpenStreetMap. Sowas kann man mit OSM alleine also nicht machen. Genau. Habt ihr, ruft einer an und sagt, Ja, ich hätte gern Deutschland-Shape-File mit Kaufkraftindex. Das ist jetzt echt blöd. Die OpenStreetMapper klingeln nicht an jeder Tür und fragen, können Sie mir mal Ihr verfügbares Monatseinkommen mitteilen, damit ich das hier bei OSM eintragen kann. Das können wir also auch nicht. Allerdings läuft gerade eine Bachelorarbeit bei mir in der Geofabrik von einem Studenten, der versucht, anhand der OpenStreetMap-Daten abzuschätzen, wie hochwertig diese Wohngegend vielleicht ist. Indem man halt sagt, gut, wie viele Einfamilienhäuser sind da, wie viele haben Garten, wie viele haben Schwimmbad, sind da viele Fastfood in der Nähe, dann ist es eher schlecht, sind da irgendwie Luxusrestaurants in der Nähe, dann ist es eher gut und so weiter. Also vielleicht kann man da tatsächlich eigentlich machen. Ich bin gespannt auf die Ergebnisse von der Arbeit. Noch so eine Frage, die manchmal kommt, habt ihr auch PLZ8 bei OpenStreetMap? PLZ8, da denke ich jetzt erstmal, ja, das ist die Gegend von München. Aber was gemeint ist, es gibt da so im Bereich des Geomarketings, gibt es Leute, die unterteilen Postleitzahlgebiete nochmal feiner in bestimmte Betrachtungsgebiete. Die nennen sie dann PLZ8, das sind dann Einheiten von ungefähr 500, mit jeweils ungefähr 500 Bewohnern. Das ist natürlich so eine proprietäre Sache, die wir in OSM überhaupt nicht haben. Weiß man auch nicht, wo man es herkriegen kann. Letzte Sache, habt ihr auch Indoor, habt ihr auch sowas wie, hier kann ich den Plan vom Frankfurter Hauptbahnhof mit OSM-Daten erzeugen. Und da gibt es jetzt gerade in der letzten Zeit interessante Entwicklungen. Da gibt es dieses Simple-Indoor-Schema, was relativ viel benutzt wird. Das hier ist ein Screenshot von der Open Station Map. Das ist so ein Projekt von einem Berliner Professor, der versucht anhand dieser Indoor-Informationen bei OSM tatsächlich solche Bahnhofskarten zu machen, die auch so ein bisschen diesen deutschen Bahnstil haben. Also Indoor, da ist einiges am Laufen. Es ist noch nicht so weit, dass man jetzt irgendwie sagen könnte, wir können flächendeckend Indoor in Gebäuden routen oder sowas. Aber da passiert einiges. Das war meine kurze Übersicht über verschiedene Anwendungsfälle von OpenStreetMap, die nicht direkt mit Karten zu tun haben. Und wir haben noch fünf Minuten für Fragen. Vielen Dank, Frederik. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Meine Frage ist Richtung Echtzeitdaten oder eher so statische Datentagesganglinien. Wenn man diese jetzt zum Beispiel hätte, so wie Sie es schon erwähnt haben, gibt es da Diskussionen, wie man die eventuell reinkriegen könnte? Weil das sind ja schon irgendwo relativ statische Daten. Natürlich entwickeln die sich noch ein bisschen, aber die bringen ja sehr viel mehr Information, wie man die mit dem Straßennetz dann verknüpfen könnte. Also wird immer mal wieder diskutiert, ob man da was machen kann. Das Blöde ist, wir haben bei OpenStreetMap ja diesen Grundsatz, dass möglichst alles, was da ist, auch vor Ort verifizierbar sein sollte. Und so Tagesgangdaten, das sind ja gemittelte Werte über einen langen Zeitraum. Also erstmal müssten die natürlich erhoben werden oder unter einer freien Lizenz zur Verfügung stehen, ist klar. Aber selbst wenn das so ist, wenn ich dann eintrage, okay, bei dieser Straße entwickelt sich der Verkehr im Lauf des Tages so und so. Und das kommt jetzt irgendwie zur Auseinandersetzung. Jemand anders sagt, stimmt ja gar nicht. Das ist ja ganz anders. Normalerweise ist unser Standardweg, um eine Auseinandersetzung beizulegen. Immer, okay, komm, wir gehen vor Ort hin und wir gucken einfach. Und das, was wir sehen, tragen wir ein. Und das geht dann bei so einer Linie nicht, weil die halt, da muss man ja ein halbes Jahr an der Straße stehen und beobachten, was passiert. Deswegen sehe ich das ein bisschen kritisch. Also ich glaube, das wird eher schwierig und es wäre eher zu empfehlen, sowas dann in ein separates Projekt zu tun und dafür zu sorgen, dass man irgendeine Verknüpfung mit OpenStreetMap hinkriegt, sodass sich dann irgendeine Routing-Engine aus OpenStreetMap die Basisgeometrien holen kann und die Verkehrsdaten oder Tagesganglinien aus einer anderen Datenbank mit irgendeinem API-Request oder sowas. Also in OSM drinnen eher nicht, würde ich sagen. Aber das ist ja jetzt kein abschließendes Urteil, aber vom Gefühl her würde ich sagen, es ist schwierig. Gibt es noch eine Frage? Kommt überhaupt was raus? Ich muss es mit dem Bord sprechen, aber ich würde es nicht hören. Ah, okay, alles klar. Ich habe mich gerade gewundert. Eine Frage zum Geocoding. Sie hatten erwähnt, jetzt mal nur Nominatim. Da gibt es ja noch andere, zum Beispiel jetzt Photon von Komoot. Ja, Photon gibt es. Genau. Und die Frage wäre, ich habe es gerade nicht so auf dem Schirm, was bei Nominatim als Backend für das Suchen benutzt wird. Bei Photon ist es Elasticsearch, glaube ich. Genau. Erfahrungswerte gemäß, weil Sie ja erwähnt hatten, dass diese Volltextsuche und so weiter ein bisschen problematisch ist. Ist es irgendwie mit anderen Frameworks besser zu lösen? Also ich kenne unterm Strich, ich kenne insgesamt nichts, was für den generellen Use Case besser ist als Nominatim. Photon baut selber, also Nominatim ist PHP-Code, der auf einer Postgres-Datenbank aufsetzt. Photon setzt auch praktisch auf den Nominatim-Importer auf, extrahiert den in einen Elasticsearch-Topf und macht dann da drauf seine Suche. Photon hat Nominatim was voraus, wenn es um sowas geht wie Tippfehler oder Unvollständige suchen. Also wenn ich jetzt irgendwie nur Salz tippe und ich möchte gerne jetzt so eine Autovervollständigung in meinem Suchfeld haben, das kann ich mit Photon machen. Mit Nominatim kann ich das nicht oder nicht so ohne weiteres. Aber gegen dieses Problem, jemand gibt einen unzusammenhängenden oder eine nicht strukturierte Adresse ein und sucht dazu irgendwas. Da kommt man mit dem Photon, mit dem Elasticsearch auch nicht auf bessere Resultate als mit Nominatim. Es gibt noch zwei, drei andere Sachen. Es gibt von Mapzen auch Arbeiten am Geocoder und noch einen proprietären Geocoder von OpenCageData. Aber ehrlich gesagt, so richtig vom Hocker gehauen hat mich bislang da nichts. Nochmal vielen Dank, Frederik. Dankeschön. Vielen Dank. Applaus 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 Vielen Dank.